Hallo und Damen und Herren, ich komme zu einer allerersten Folge, oder beziehungsweise zu einer neuen Spielevorstellung, Gravity Rider. Wir schauen mal, wie das ganze Ding hier funktioniert. Tippen, um gleich durchzuhalten. Oh, das ist gut gelaufen, würde ich mal sagen. Tippen zum Neustart. Alles klar. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Halten zum Beschleunigen. Okay, also. Das war jetzt Versuch Nummer zwei. Okay, Leute. Also jetzt muss ich mal beschleunigen. Okay, beschleunigen. Beschleunigen. Ah, da oben rechts sieht man was. Okay, beschleunigen. Ich habe es geschafft. Und stopp. Oh, gut. Okay, also das habe ich geschafft. Mhm, 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 mhm. Nur habe ich drei Sterne drauf bekommen, okay. Upgraden. 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 Mhm. In 35 Sekunden die Strecke abschließen. Okay, alles klar. Machen wir mal. Oh. Ähm. Das war nicht gut gelaufen. Alter, was mache ich gerade falsch? Okay, jetzt ist es mir gelungen. Ui, aber eigentlich habe ich es doch geschafft, Leute. Na, jetzt bin ich mit dem Ziel angekommen, aber das war natürlich unterirdisch. Was gibt es denn im Shop? Kiste? Mhm. 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 Gut, hier habe ich nur zwei Sterne bekommen, das will ich jetzt nochmal, ich will es auf drei Sterne schaffen. Ich glaube, ich habe jetzt inzwischen verstanden, wie es einigermaßen funktioniert. Gucken wir mal. Oha, das war falsch. Scheiße. Viel schlechter angekommen. Das hat aber jetzt diesmal ganz gut funktioniert. War schon besser, aber noch nicht gut. Damit bin ich immer noch nicht zufrieden. Jetzt will ich es mit drei Sternen schaffen. Für unter 35 Sekunden muss ich bleiben. Alter, und ich liege schon wieder auf die Fresse, ne? Wenn ich komplett neu starten, eigentlich. Kann ich schon jetzt vergessen? Wartet auch nicht. Und 35,5. Verdammt nochmal. Das reicht noch nicht ganz. Den einen Fehler hätte ich mir nicht erlauben dürfen. Komm, ich will diese Gottverdammten drei Sterne haben. Ich bin da etwas verbissen. Sorry, es tut mir leid, Leute. Bei dem Ding hier vorne muss ich jetzt nicht aufpassen, ne? Da ich mich nicht wieder auf die Fresse leg. Komm, fahr. Das müssten die wichtigen paar Sekunden sein. Komm. Go, 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 go. Komm, das reicht, das reicht, das reicht. Und? Jawoll. Okay, damit haben wir drei Sterne erreicht. So, das holen wir uns noch hier, das Ding. Hier kannst du überall upgraden, ne? Ach, egal jetzt. Was? Ein Backflip. So, wenn wir dann da ein Backflip, okay. Mal schauen mal. Da. Oha. Okay. Aber das ist die Stelle für den Backflip. Und? 34,52. Reicht das? Für drei Sterne? Waren es drei Sterne? Ich habe gar nicht drauf geachtet, in welcher Zeit ich das schaffen muss. Ja, geil. 1, 4. So, jetzt machen wir mal hier ein Upgrade. Hier können wir auch ein Upgrade machen. Bei der Federung können wir ein Upgrade machen. Na, verdammt. Na gut, egal. Siege Decks. Ein Frontflip. Ein Frontflip. Oder Siege Decks. Damit habe ich den Frontflip schon geschafft. Ja. Eigentlich ist es ganz gut gelaufen. Wow, 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 wow. Alter, das ging ja mal richtig nice gleich auf Anhieb. Mal sagen, das Ding ist gut gelaufen, gewöhnliche Kiste. Ja, das machen wir auch, aber mega cool, muss ich sagen. Das war, was ich jetzt hier im Shop gratis, ne? Die Kisten. Muss ich mir eine Werbung angucken. Kann ich nicht Kisten eben gerade gesammelt irgendwie? Wie kann ich die auch machen? Münzen, Juwel. Münzen. Okay. Und da war es in der Geraden? Ne, hier unten, ne? Jetzt, nein, da müsste ich mir eine Werbung angucken, ne? Was ist denn da unten? Gewöhnliche Kiste. Machen wir die mal auf. Gucken wir mal. Supernova Rad. Satellite Steuerung. Jetzt öffnen. Das Ding machen wir auch noch auf. Satellite Chassis. Nein, 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 nein. Gut, also ich gucke mir jetzt gerade mal kurz eine Werbung an. Damn. So, okay. Alles klar. Und weiter geht's. Was ist jetzt passiert? So sieht das so verpackt jetzt aus. Was ist denn da jetzt passiert? Was ist denn da jetzt passiert? Ich muss den R-Server scheinbar noch mal neu starten. Irgendwie verkackt der gerade irgendwas. Ah, jetzt ist es richtig. Hä, was war denn das? Ja, komisch, komisch, komisch. Okay. Also weiter geht's. Mit Zeit fahren. Level 5. Upgraden. Upgraden. Nochmal upgraden. 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 Okay, schauen wir mal. 33 Sekunden. Airtime 9 Sekunden. Das ist die Aufgabe. Oh mein Gott. Das Ding in die Hose. Ich glaube, ich war weder. Oh, Airtime habe ich gehabt. 12,2. Aber ich war deutlich über der Zeit gewesen. Na gut, okay. Also muss ich. Nein. Aber es sieht schon geil aus, das Ding. Aber das hole ich mir jetzt hier. Auf geht's. Komm. Alter, bin ich das letzte Mal aber besser rübergekommen. Warum? Boah, alter. Aber ich hab's nur geschafft. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Das kann ich jetzt schon vergessen. Neustart. Oh mein Gott. Neustart. Zwischen da jetzt geschafft. Oh, jetzt diesmal war ich besser. Komm. Alter. Super. Gut gelaufen. Noch besser gelaufen. Und im Ziel. Jawohl. Sehr geiles Ergebnis, würde ich sagen. So. Bereit zum Öffnen. So. Bereit zum Öffnen. Nein. Schon wieder. Schon wieder. Äh. Fisch das Ding hier raus. Okay, also sammeln und spielen. Ich kann hier, ach, egal. Besiege Kirk, vermeide Felsen. Na, Kirk ist jetzt schon ein etwas härterer Kandidat hier. Ja, vermeide Felsen. Ich bin leider gegen den Felsen gekommen. Dann ist der Ton gerade wieder weg. Warum auch immer. Jetzt habe ich den Ton abgeschossen. Na ja, sammeln. Ich will es nochmal versuchen. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? So jetzt. So jetzt hier. Komm, wir machen mal ein erstes Match hier. Komm. Saison endet in drei Tagen. Wir machen jetzt mal ein erstes Match. Wir sind in der Bronze Division. So fort und gleich geht nicht. Also muss ich machen. Dann hergleich. Dann hergleich. Yt. Kann man auch in der Zeichen reinmachen. Hergleich. Yt. Das reicht. Ja probieren wir es dann mal. Hier kann ich noch eine Federung machen. Upgraden. Upgraden. Und dann gucken wir mal. Oh ja. Suche nach anderen Spielern. Gegen Kron. Kroni, Czurta und Ronaldo. Guck mal. Ich habe keinerlei Ahnung, ob ich überhaupt eine Chance gegen die habe. Ronaldo ist ganz schön schnell. Oh mein Gott, ist Ronaldo schnell. Oh mein Gott, ist Ronaldo schnell. Warum ist Ronaldo so schnell? Alter. Ich bin der Schnellschüsse. Oh mein Gott. 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 Warte mein Gott. Oh. Eieieieiei. Oh mein Gott, ist Ronaldo schnell. Das ist ja echt übel. Junge, 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 Junge. Oh mein Gott, nein. Nein. Na. Auch abgestürzt. Ich werde letzter. Ich werde letzter. Ist das nicht toll? Wollen wir noch eine zweite Runde oder was? Ah, sind zwei Runden oder wie? Okay, vielleicht bleibt er ja wieder hängen. Oh nein, dafür hat es mich jetzt zerbrezelt. Oh mein Gott, ich bin so weit hinten. Ich bin so weit hinten. Ronaldo ist aber auch Ronaldo? Was ist mit Ronaldo? Oh, was? Alter, ich kapiere es gerade nicht. Ich konzentriere mich da oben drauf. Jetzt ist Ronaldo im Ziel. Oh, nee, der andere ist ja immer noch hinter mir. Charta. Oh, alter Vater, das war jetzt eng. So, komm. Auf geht's. Jawohl. Und? Der kommt wieder zurück. Wieso kommt er wieder zurück? Hä, was macht er denn? Fährt er, äh? Ist er jetzt in eine Richtung gefahren oder was? Der Charta. Oh mein Gott. Churta. Dritter Platz. Also da muss ich wieder wissen, dass das geht ja mal gar nicht hier. Dritter Platz, aber immerhin nicht letzter gewonnen. Also jetzt muss ich das nochmal probieren. Das lässt mir keine Ruhe. King Kari, Quark und Spektra. Oh, also drei, vier Matches jetzt hier. Und dann, komm auf. Oh mein Gott. Noch bin ich vorne, noch bin ich vorne, noch bin ich vorne. Oh, 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 oh. Noch bin ich vorn. Nein, jetzt bin ich nicht mehr vorne. Ist der da vorne mit seinem Quad vorne. Aber jetzt ist er weg. Was hat er denn geschafft? Hä, was hat denn der geschafft? Nein, 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 alter Vater. Scheiße, schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, 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 komm. Ja alter, Vater, was ist denn das für ne scheiß Stelle? Ist das witzig, 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 ich hab's geschafft. Jo, ja, Mann. Ist das geil. Was? Ich bin... Hat er nicht gezählt, oder? Kann das sein, dass das nicht gezählt wurde gerade? Eine andere da ist da vorne. Wurde das jetzt nicht gezählt. Oh, ich bin so kurz jetzt vom Platz 2. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht wieder... Ja, und Finish. Spektr 92. Zwei Punkte immerhin bekommen. So, geil. Geil, 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 geil. Hammergeil, geil, 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 geil. Eins mache ich jetzt noch, eins mache ich noch. So, nein. Das Spiel ist abgestürzt. Schade. Na ja, gut. Wenn's euch gefallen hat, also das war jetzt Gravity Rider, wenn's euch gefallen hat, dann schreibt mal was in die Kommentare. Lasst mal ein Like da. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, falls ich das nochmal mache. Oh, ist aber schnell wieder gestartet hier. Ähm... Saison endet. Eins kann man noch machen. Eins wollte ich ja noch machen. Komm. Mal gucken hier. Ich fahr jetzt mal kaufen für 2,5. Oh, kaufen. So viel hab ich nicht. Ich hab keine 2,5. Kann ich mir nicht leisten. Muss nochmal mit dem Ding hier fahren. Ein Rennen mache ich jetzt noch und danach mach mal Schluss. Gegen Barney und MdW und YP23. Tippen zum Starten. Oh, ich liebe solche. Zack. Komm. Ich will schnell Startmachen. Komm. Ab. Ja. Und... Sieht gut aus bis jetzt für mich. Bis jetzt bin ich noch gut mit dabei. Platz 2 wieder. Boah. Gerade gerettet. Jetzt nicht mehr Platz 2. Alter. Boah. B reached her. O es wird echt haarschaf. Und ich... Alter komm. Was ist denn das? Du A-P. Dezule. Ach, man. Jetzt werde ich letzter. Was war denn das gewesen? Mhm. Oh, Mann. das ist jetzt enttäuschend wirklich enttäuschend vergleich ist traurig gleich ist traurig man jetzt ist das kann ich so nicht auf mir sitzen das jetzt muss ich noch mal eins machen sorry leute also dass das das geht nicht da später schlecht muss noch eins machen gravity cycle ging war ja hamed und nie war war so 321 und go und 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 oder noch bin ich mit im rennen noch bin ich mit dem rennen noch bin ich mit dem rennen noch bin ich mit im rennen noch sieht es aktuell gut aus den habe ich gerade noch so gerettet gerettete tat es reicht natürlich jetzt nicht mehr für einen platz vorne mit dabei aber und was willst du machen ist jetzt nicht so aber wenigstens bin ich bin ich nicht letzter wie eben gerade das hätte mich jetzt doch arg frustrierten sie sagen so hat er jetzt geschossen so naja dritter geworden oder ich bin zweiter geworden war ja bacher so okay alles klar jetzt wirklich also wenn solche faller lasst man leichter schreibt was in die kommentare abonniert unseren kanal läutet die glocke um über neue infos neue videos informiert zu werden und schaltet sich mal wieder ein falls ich das wieder spielen ist haut rein macht's gut bis dann und tschüss